Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben und haben die Rennen bei Krenfels hier gestartet. Ich entschuldige mich, dass letzte Woche keine Videos kamen. Die letzte Woche war für mich ein bisschen stressig, aber so viel zu meinem Privatleben. Ich entschuldige mich dafür und ich kann nicht sagen, es wird nicht wieder vorkommen. Ich sage nur, diese Woche geht es ganz normal weiter und versuchen wir einfach das Beste daraus zu machen. Ja, wir reden wieder mit Ratko und beginnen mit den beiden weiteren Rennen. Gegen wen soll es gehen? Stotter-M-M-M-Matko, Hans-Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Machen wir mit Hans-Eisenarsch weiter. Wir gehen natürlich wieder aufs Ganze, denn wir wollen hier natürlich auch was verdienen. Mal sehen, wie sich dieser Eisenarsch schlägt. Los, Hans. Ich habe mein halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht. Die andere Hälfte auf Ponyrücken. Du kannst mich nicht schlagen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Da hast du es gehört, Basti. Sogar ein Pferd trägt deinen Namen. Falls du das Video siehst. Höher! So Ich hasse diese Kurve Da verliert man so viel Speed Das ist unfassbar Ich feiere das gerade, dass das Pferd Basti heißt Fuck, ich hätte mir mehr Zeit lassen sollen So Komm jetzt Hübsch, hübsch Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern Hier ist dein Gold Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast Komm vorbei So, und nur noch ein Rennen Und dann Trag mich ein Überspringen wir mal Natürlich gegen den schwarzen Bodgan Man Ähm Wieder aufs Ganze Wieso hat er jetzt das Schwert gezogen? Und wo ist mein Rennkollege? So, der kommt von hinten irgendwo Warum auch immer Hä, was? Was ist jetzt los? Ist das ein Bug oder was? Nein, mir soll es recht sein, wenn ich das gewinne Ich verstehe es nicht Heißt das jetzt, dass er gewonnen hat, weil er sofort beim Ziel war? Dann müssen wir das jetzt nochmal machen Das wäre aber ziemlich ungerecht Ich hoffe nicht, dass das das heißt Komisch, so ist mir noch nie passiert Es ist mir mal passiert, dass der Charakter auf dem Pferd nicht geladen hat Also vom Feind Und dass ich dann die ganze Zeit gegen ein normales Pferd geritten bin Das ist mir schon mal passiert Aber nicht, dass der Ah, da ist er jetzt Dass er nicht gespawnt ist So, das war's mit den Pferderennen Würde ich mal sagen Schauen wir mal, was wir als nächstes machen Ähm, Hauptquest lassen wir erst mal Ja, wildes Herz könnten wir machen Verteidiger des Glaubens Repariere alle beschädigten Schreine Es gibt einen Grund, warum die Quest des Level 10 ist Da warten wir mal ein bisschen Ähm, Gewinn spielen gegen alle Wirte Gewinn ist der Ja, ist Japhans einzigartige Karte Gewinn, naja Können wir mal später machen Warte mal Wildes Herz wäre jetzt schon Ja doch, wildes Herz ist wohl das einzige Was wir gerade machen können Also machen wir das jetzt erstmal Dafür müssen wir erstmal wieder auf Plätze Hm, jetzt haben wir aber ordentlich Geld Das ist ganz gut Warte mal Das mit dem neuen Sattel dran Und ja Warum nicht? Haben wir neue Ausrüstung für Plätze? So Ich weiß nicht, wie viele von euch die Ähm, oder falls überhaupt jemand von euch die Preview Let's Plays von Gronk zu The Witcher 3 gespielt haben Ähm, gesehen haben Ähm, dann wird euch nämlich die Quest bekannt vorkommen Oder ihr habt die Quest natürlich selbst gespielt Oder bei einem anderen Listplayer gesehen Oder allgemein jetzt schon gesehen Ich meine, das Spiel ist jetzt Nicht gerade erst gestern rausgekommen Das ist jetzt schon seit gut anderthalb Jahren oder so draußen Ähm, ja Auf jeden Fall kam die Quest darin vor So, das wollte ich nur damit andeuten Sprechen wir mal Deine Frau ist verschwunden Ich bin wegen deiner Nachricht da Ich bin Hexer Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor fünf Tagen Vor Tagesanbruch Bin zum Jagen Sie hat noch geschlafen Als ich zurückkam, war sie verschwunden Ist dir irgendwas seltsames aufgefallen? Ist dir was seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein Sie war fröhlich und glücklich Wie immer Sie ist nicht weggelaufen Wenn es dir darum geht Hast du nach ihr gesucht? Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen Und hat vergessen, es dir zu sagen Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt Keiner hat sie gesehen Sie muss los sein, als alle geschlafen haben Ich hab ihr immer wieder gesagt Sie soll nicht alleine gehen Sie hat nie auf mich gehört Ich hab mit einigen Männern den Wald durchsucht Nichts Natürlich werden wir nach ihr suchen Ich werde im Wald suchen Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen Ich frage auch herum Hat sie Freunde? Hannah blieb Bleibt meist für sich Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf Und im Dorf mochte sie Glennaar, die Frau des Schlachters, am meisten Danke Ich versuche sie zu finden Kann aber nichts versprechen So, dann werden wir natürlich erst mal im Dorf herumfragen Hier oben Da haben wir die Frau des Metzgers Bitte meine Herren Schnell wie der Blitz Klingt wie ein Puls Auf geht Grüß dich Bist du Glennaar? Ja Ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen Aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen Jetzt verkauft er Aas Tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen Kaufst du was? Ich möchte mit dir über Hannah sprechen Hab gehört, ihr wart befreundet Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Hm, seltsam? Nein So fröhlich wie immer Ich denke, die Wölfe haben sie geholt Die letzten Nächte haben sie geheult Selbst die Männer des Barons haben Angst herzukommen Hannah muss in den Wald gegangen sein Vielleicht hat sie Pilze gesammelt Sie ist zu tief hinein Die Heule haben sie erwischt Tja Vielen Dank Hier erfahren wir wohl nicht mehr Frage die Nachbarn nach Hannah Papa, komm Toll Mein Papa macht Schwerter wie das hier Darf ich mal anfassen? Besser nicht Das ist scharf Ich muss mit eurem Vater reden Früher hab ich Schwerter geschmiedet Jetzt sicheln und hacken Gute Waffen findest du nur in Novigrad Ich wollte mit dir über Hannah sprechen Sie hat auf deine Kinder aufgepasst Tante Hannah Weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind Und wir sie essen sollen Ich hab gesehen, wie sie in den Wald ist Mit einer anderen Frau Es war fast Morgen Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache In den Wald? Dann ist sie erledigt Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend Niemand im Dorf traut sich in den Wald Außer Nielen Aber der ist ja auch Jäger Wer war mit Hannah? Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hannah Ich konnte sie nicht erkennen Ja gut, dann lebt wohl Und Vielen Dank Lebt wohl Ähm, ja Wohl, weißt du was, wenn er Schmied ist Dann kaufen wir erstmal ganz kurz Äh, verkaufen wir erstmal Was denn? Fertigst du auch Sonderauftragswaffen an? Ermorden Politiker, erstklassige Freudenmädchen? Natürlich Oh Können wir nochmal ganz kurz ne Runde Quen spielen Aber erstmal ganz kurz Ähm Ich seh mich um Vielleicht suche ich mir was aus Jetzt wollen wir uns jetzt schauen, was der so hat Oh Oh Dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen Hier ne Quest Ähm Ein blauer Plan Gewehrisches Entermesser Okay Meisterlich gefertigtes Silberschwert Interessant 250 Silberschaden Stufe 16 Aber Ist noch ein bisschen hin Stufe 7 Ist nicht mehr so lange hin Nivgardisches Langschwert Langschwert von Skellige Ähm Das können wir jetzt sogar schon nutzen Hm Hier ein Silberschwert mit 15 mehr Schaden Aber dafür kostet es auch 316 3%ige Chance auf kritische Treffer 4% Chance auf Bluten Während der Langschwert Macht mehr Schaden Ähm Warte mal Ich will mal ganz kurz mal die Effekte von unseren Waffen Achso Die können wir uns gar nicht anschauen Weil wir die ausgerüstet haben Ähm Ja verkaufen wir erstmal ganz kurz das Plätze Zeug Das rostige Schwert hier können wir auch verkaufen Ich finde die ähm Die Beile hier Die sehen unheimlich krass aus Leider Sobald wir auf dem Stand sind Ist der Wert gar nicht mehr so gut Soweit ich weiß Aber ich weiß nicht Ich finde das Design einfach mega nice Und da das sowieso ähm Ein Relikt ist Werfe ich das sowieso nie weg Ich weiß nicht Relikte behalte ich immer gerne Ähm Ja Warte mal Wir schauen uns ganz kurz erstmal unsere Waffen an Bis dann Bevor wir die kaufen Denn auch wenn wir jetzt ein bisschen mehr Geld haben Heißt das nicht Dass wir sofort solche Ausgaben tätigen sollten Ja wir haben ja nämlich die Vipod Stahlraustrüstung Und deswegen haben wir Sehr viele äh Sondereffekte Und Ja wisst ihr was Lassen wir es erstmal so Verkaufen wir erstmal nichts So die Silberwaffe können wir mal ganz kurz reparieren Ja die ist mehr am Arsch Als die andere Waffe Aber wir können mal schauen Ob der noch Rüstungs- und Waffenreparatur-Sets hat Da habe ich nämlich gar nicht nachgeschaut Was denn? Ich sehe mich um Vielleicht so So Äh Ja er hat ein Waffenreparatur-Set Dann nehmen wir das auf jeden Fall mit So und dann noch ganz kurz eine Runde gewendet Und dann geht's weiter Hast du Lust auf eine Party gewinnt? Ja Ich denke unser Deck passt noch So die tauschen wir aus Äh Das sieht ja nicht schlecht aus hier hinten Äh Soltan können wir noch austauschen Und perfekt Ähm So wir mal erstmal die Spionkarten setzen Ich weiß nicht Ich bin kein großer Fan von Wetterkarten Eben deswegen Weil sie dir auch schaden Und deswegen Versuche ich die immer weitgehend zu vermeiden Jetzt hat er gepasst Na dumme Entscheidung Aber gut Mhm A Komm Kom Ja, wir haben praktisch schon gewonnen eigentlich, also ich denke, ich, dass jetzt noch irgendwas aus dem Hut ziehen kann. So, verdoppeln. Nein. Verdoppeln wir erstmal unsere Fernkampf. Was ist Fernkampf? Unsere Belagerungseinheiten. Tja, das war der Grund, warum ich den Nebeneffekt jetzt setzen möchte. Und jetzt haben wir Haushoch gewonnen. Jo, gehen wir mal weiter. Da gibt's aber noch einen Händler, der nicht da ist. Ähm, ja, ich glaub, der kommt nur am Tag, also fangen wir jetzt erstmal mit der Spurensuche an. Was ist denn hier los? Streuner! Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Was wollt ihr von ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweiss, sagt, dass irgendetwas Böses in Edrics Gedärmen nistet und Edric haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edric nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edric helfen könnt. Tja, nun, also, ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskerzenblättern für den Bau. Seine Pusteln bedeckt er mit Malven. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alt. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Verschwinden wir, Jungs. Ja, das ist, ähm... Das ist leider die Hauptquist. Das heißt, wir merken uns das einfach mal, dass der Weideler Probleme hatte und machen weiter mit der Nebenquist. Meine Alte weiß es sicher. Die kennt sich aus mit Freude. So, da wären wir. Und Hexer-Sinn erstmal anschalten. Da hinten haben wir den Wolfsrudel. Gucken wir mal, dann ist es erstmal um die Wölfe. Zeig mir, was du zu bingst. So. Hexer? Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was hier zugestoßen ist? Ich mach mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Wehlen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hannah ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren. Nach vorne schauen. Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist. Um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Njellen. Ich will ihn nicht auch noch verlieren. Er wird Hannah rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Der Mann verdient Besseres. Nein, wir werden uns natürlich nicht bestechen lassen. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Tja. Das war kein Mensch. Sehr gute Arbeit, Geralt. Deswegen bist du Hexer. Leiche untersuchen. Hm? Hm. Schnitte. Von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Langsam wird's interessant. So. Klauen Spuren. Sie sind tief. Das muss Hannah sein. Es riecht nach einer verwesenden Zeit. Äh, ja. Überall ist Blut. Wer, Wolf? Ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Wie gesagt, sorry. Wenn ich manchmal so schnell A drücke und Gerard noch in einem Satz war, dann passiert sowas manchmal. Tut mir echt leid. Aber, naja. Ähm. So wichtig war der Dialog ja jetzt sowieso nicht. Wir wissen jetzt, dass es ein Wehrwolf war. Und hier gehen die Spuren weiter. Blut und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen. Und wir wissen, dass Hannah jetzt tot ist. Verdammt. Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Aber die Spur ist jetzt relativ schwer zu finden, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, hier genau. Ein Fellbüschel. Wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Hier, da ist die Duftspur. So können wir dem, also so können wir der Spur jetzt noch folgen. Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspur. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? So. Ich dachte, man könnte es noch genauer untersuchen. Deswegen bin ich nochmal zurückgegangen. Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Schauen wir uns mal drinnen genauer um. Ja, Tierfälle können wir immer gut gebrauchen. Sind relativ viel wert und daraus, ja. Kann man soweit ich weiß noch was herstellen. Bin gerade vergessen, was. Ähm, ah, eine neue Armbrust. Was ist was anderes. Ah ja, genau. Man kann daraus Leder machen und das ist gut für Rüstungen. Albedo. Ähm, Gesellenrüstungsreparatur-Sets. Phosphor. Ähm, was haben wir hier? Hier sind ein paar Briefe. Da hinten noch eine abgeschlossene Kiste. Mal schauen wir uns die Briefe an. Notizen. Von wem die wohl sind. Ich bin, wer ich bin. Das kann ich nicht ändern. Hemden aus Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrauen mögen in den Märchen der alten Frauen zwar helfen, aber nicht bei mir. Ich muss mich damit abfinden. Mit Hannas Liebe und Eisenhanders Zipplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmund aufgeht. Ich muss weit weg sein von allen. Weit weg von Hanna. Aber der Anfall kommt und geht und ich wache mit Wunden an den Händen und dem Geschmack von Blut auf. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere. Beute mit Pfeil und Bogen zu zerlegen ist eine Sache, sie mit Zähnen und Klauen zu zerreißen eine andere. Zumindest kann ich hier, tief im Wald, niemanden verletzen. Gütige Militäle, Wache über alle, die zu nahe kommen. Tja, damit ist es wohl bestätigt, um wen es sich handelt. Ich finde, das Lager des Wehrwolfs mit Hilfe deiner Hexersinne, das machen wir. Aber da haben wir noch einen Bären. Äh, falsches Schwert. Okay, ein bisschen zu weit weg. Da hat unser Blutenschaden wohl eingegriffen, oder... Ich glaube, es ist Blutenschaden. Wow. Das sehen wir ja, wenn, ähm... Der Feind dann mit roten Zahlen über dem Namen, ähm... Leben, also, ja, abgezogen bekommt. Ist nicht viel, aber, mein... Hm, das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hier geschleift. Aber von wo? Ähm, sorry, ich muss ganz kurz nochmal... Ab und zu mal muss ich noch in die Steuerung kommen. Ist ja jetzt auch ein paar Wochen her gewesen. So, wir werden natürlich Gwen wählen. Dann geht's los. Das Problem ist, Wehrwölfe sind unheimlich gut im Leben regenerieren. Das heißt... Wow. Dass wir, ja, erst einmal... Dass wir einfach gut Schaden machen müssen. Ne, wir machen... Ah, ne, mit dem Silberschwert machen wir Giftschaden. Das sehen wir jetzt auch gerade. Ihm wird ja jetzt gerade einen Haufen Leben abgezogen, weil wir ihn einmal mit Gift erwischt haben. Fuck. So. Nein! Halt! Tu ihm nichts! Ich denke, wir müssen reden. Es ist Njellen. Lykantropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid. Ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn! Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde! Lass uns in Ruhe! Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du... Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht. In jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht. Glaub mir. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Das geht nur euch beide etwas an. Ich misch mich da nicht ein. Aber wenn du mir nochmal über den Weg läufst, töte ich dich. Du hattest kein Erbarmen mit deiner Schwester. Und ich hab keins mit dir. Tut mir leid. Manchmal erklär ich meine Entscheidungen nicht sofort. Ich hab dir gesagt, ich bring dich um. Ich weiß, was du gesagt hast. Tu es. Wenn du den Tod willst, such dir Zügel und einen Baum mit starken Ästen. Gebt nicht. Ich kann nicht. Ich war immer ein Feigling. Bitte. Tu du es. Und somit wurde Velen von einem Wehrwolf und einer Verräterin befreit. Tja. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Und das looten wir noch ganz kurz. Und dann. Ja. Ja, da ist Rüstung. Gut. Und was wir jetzt als nächstes machen? Das sehen wir nächstes Mal. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.